Es waren drei Stück. Zwei sind in den High-Values. Einer kommt aus der High-Value raus, der andere kommt gerade die Kantine raus. Beide rennen sie Richtung Living Barrack. Alle drei rennen Richtung Living Barrack, würde ich... Ja! Zwei rennen Richtung Living Barrack, einer rennt Richtung Industry. Ist aber nicht in den Industry Gang, der rennt Richtung... Ja, wo rennt da hin? Die sind gleich fertig, ne? Wo stehen denn die Quads? Ähm, die stehen hinten an der Öffnung zur High-Level und einer steht an der Öffnung zur Kantine. Ja, jetzt sind sie einer in jeder Living Barrack und einer rennt zum L. Ich gehe auf den in der hinteren Living Barrack, also für mich ausgesehen, die, die bei dir näher ist, Daniel. Okay, einer im L und einer in jeder Living Barrack gerade. Ja. Daniel, wo bist du? Ein Quad hat einen Motor an. Na, also ein Quad ist, ähm, bei den Bäumen, direkt gegenüber von der Kantine und ein Quad steht hinten bei der Öffnung, bei den High-Values, wo man dann drunter herkriechen kann. Ja, okay. Halt die mal im Auge, ich, äh, die sind immer noch in der, in der einen Living, ne? Ja, einer kommt jetzt aus der ersten Living raus, ist rausgerannt, rennt in die zweite Reihen, sind zwei in der hinteren Living Barrack. Ich hab geschossen, ich weiß nicht, ob er's gehört hat. Ich hab's gehört, dass er das gehört hat. Ja, führ zu, haben's gehört. Ja. Okay, zwei sind in der Living, einer ist in der ersten. Einer ist, einer läuft gerade vorne weg. Ja, ich seh'n. Und den hab ich nicht gesehen, der hat, ich... Komm schon. Wo ist vorne, wo ist vorne? Der ist gerade da, wo die Mauer beginnt, ähm, im, im... Einmal hit. Ja, beschreib mal ein bisschen besser. Verbindet sich an der Mauer. An der Mauer Richtung Ausgang, da wo die Mauer anfängt, ist er. Oder bei der, ähm, wo die Mauer anfängt, bei der, ähm... Hast du den erwischt, Daniel? Ja, ja, ist tot. Ähm, jetzt sind beide in der Living Barrack, ich würd mich mal bewegen, Daniel siehst, wenn sie rauskommen. Ich seh'n, nee, nee, ich seh' die, ich bin oberhalb hinter der Mauer. Ich seh' die, ich seh' die, ich seh' die. Das ist die Frage, ob das der denn vom L war. Der ist nicht vorbeigelaufen, das hab' ich gesehen. Welche sind die rechte oder linke Living? Von dir aus die vordere. Genau, die erste. Na gut, dann bleib' ich doch auf Kameraden. Ja. Einer tot, zwei, fünf, vier, fünf, vierzig. Dann wird der andere gleich die Flucht ergreifen, oder? Ja, genau, und das darf er auch gerne machen. Na, wenn er bei dir direkt an der Fensterwand ist, kannst du ihn nicht treffen. Na doch, er hat mich gesehen. Ach, Schüsse? Auf mich. Bist du das? Ich glaub, es geht auf, Daniel, oder? Daniel, kannst du reden? Ja. Sogar noch ein bisschen mehr vielleicht? Ja, er hat auf mich geschossen. Bisschen relativ weit hinten. Er ist jetzt ganz vorne. Er ist jetzt ganz vorne. Guck in deine Richtung, Bernd. Seh' ich ihn nicht mehr? Ich seh' ihn auch nicht. Ich guck durch die ersten beiden Fenster, kann ich gucken. Das erste komplett, da seh' ich aber nur die Tür und ein bisschen Mauer. Radfahrer ganz vorn links. Also wenn du reinfährst, direkt links in der Ecke, genau. Ja, okay, dann versuch ich mal ein bisschen tiefer zu kommen. Das ist halt hier so. Ja, jetzt ist er grad in der Mitte gegangen. Er ist jetzt durch die Tür, Tür geht auf. Rennt Richtung Bernd. Okay. Ja, rennt Richtung Bernd. Rennt Richtung Kantil. Ja, ich lass' ihn noch ein bisschen laufen. Pack's Gewehr weg. Rennt Richtung Kantil. Ah, er ist langsam, er ist langsam. Ist da. Pass hin? Ja.